Ein Weihnachtsmärz in der Stadtmitte von Wetzig ist immer ein Anreiz, um Leute zu sehen, was alles angeboten wird, um sich inspirieren zu lassen. Es ist klein, aber auch hoch, und man gibt sich Mühe, etwas zu bieten bei uns in der Stadtmitte. Besonders gut ist, dass Wetzig Kontakt und der Gewerbeverein das möglich macht. Von daher vielen Dank an die beiden Vereine, dass das stattfinden kann. Lieber Priska, was verkauft ihr bei euch am Stand? Ein Limoncello, selbstgemachte und selbstgemachte Bezöckchen in allen Farben. Sehr schön. Und seid ihr erfolgreich heute? Ja, wir sind zufrieden bis jetzt. Es ist gut. Wir verkaufen immer wieder etwas. Es könnte noch etwas mehr sein. Bei uns bekommt man einen roten Glühwein, einen weissen Glühwein, einen Apfelkunsch. Und je nachdem, wie man möchte, mit Schuss, Kaivados, Kirsch, Zwetschgel oder einem Holdreo. Servus. Und läuft das Geschäft bei euch? Ja, dieses Jahr ist es wirklich besser. Es ist nachmittags und läuft besser als letztes Jahr. Welcome to Wonderland. Genau. Was heisst das und was kommen wir bei euch rüber? Da kommst du Filzferien rüber und fühl dich wie im Wonderland, verzaubert. Sehr schön. Und das machst du selber? Ich mache alles selber, ja. Sehr schön, top. Und die Leute freuen sich, was sie bei dir sehen am Stand. Die sind mega fasziniert. Also du siehst einmal an den Augen an, wie die alles durchwandert und bleiben dort und finden wow. Also ich habe sehr viele Komplimente bekommen für den Stand. Ja, also alles mögliche personalisiert und handgemacht natürlich. Also wir haben da Weihnachtskugeln in allen Farben und Formen, auch aus Holz, Fotoalben, dann handgemachter Schmuck mit ganz viel Liebe. Und ja, wir freuen uns auf einen Besuch. Wir verkaufen wunderschöne Töpfe, die unsere Gäste bei mir im Atelier gemacht haben, die uns eingetöpft. Und was hast du für uns für eine Ehre, dass du heute hier bist? Ja, das sind Geheimnisse. Es gibt Leute, die kennen mich und natürlich auch den Schmutzli. Und das geht auf ganz anderen Kanälen, als ihr da im Internet online seid. Feine Chilibrattwurst, Kalbsbrattwurst und Bauernwurst vom Eichenberger. Der Oliver war gerne in der Grasstadt an diesen Festen hier. Das letzte Mal haben wir ihn hier am Stadtfest gesehen. Was bringt dich heute an mir an die März? Ganz viele Familien. Was kommt bei euch gut rüber? Wir haben Glühregin, wir haben Glühwein, wir haben Roggele, wir haben Gin Tonic, wir haben Weisswein, wir haben Rotwein, eigentlich alles und natürlich das freundlichste Personal. Also liebe Andrea, was bist du gerade dran am Machen? Ich bin jetzt das Chili-Racolette und das Nati-Racolette am Machen. Tipptopp. Also was ich mega schätze, das sind unsere freiwilligen Helfer, die einfach unempfehrlich sind. Ohne die würde uns gar nicht gehen. Also liebe Besucher, danke für euch, ein Quoteamt zu helfen. Ohne euch alle miteinander wären die März gar nicht möglich. Wir können uns nicht retten, wir haben so viel zu tun, alle Hände voll zu tun. Es läuft mit Raclette, es läuft mit Würst, Gasnachschub und und und. Es wird uns nicht langweilig. Was läuft bis jetzt am besten? Der Glühregin! All I want for Christmas is you, baby. All I want for Christmas is you, baby. I want, I want, all I want for Christmas I want, I want, all I want for Christmas, baby All I want for Christmas, baby